Ach, du hast auch ein bisschen Zuckerrohr angepflanzt, das ist ja gut, dann ernte ich das gleich mal. Eigentlich könnten wir uns ja not enough items installieren, dann können wir so den Magnet-Mode anschalten. Dann werden die Items immer zu uns gezogen. Mir soll's recht. Aber eigentlich ist es auch unnötig. Wo bist du jetzt? Ich geh mal kurz zu den Pferden. Kommst du? Nö. Du darfst eins auch fittern. Durch den Zaun durch. Also ich fette meinen Kurt. Okay. Na. Macht Kiddies. Yay. Altert der lange Beine. Wollen wir den automatisch wachsen lassen oder wollen wir ihn groß, also fett machen? Wir sagen automatisch, ich hab schon mal, wie lange deine Beine sind. Ey, warum liegt da drüben Eisen? Ach so, das hast du weggeworfen. Hm, stimmt. Ja, kannst du mir aus ruhig wachsen lassen. Wax und Gedeihe. Funktioniert das? Ah ja, schauen mal. Ich weiß. Nö. Oh. So. La 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 la. Wir können uns auch Pferderüstung machen. Ach ne, die kann man ja auch nur finden, ne? Äh, kannst du jetzt gut kurz schauen. Äh. Ich glaub, man kann die nur finden. Moment, ich guck mal kurz in meinem Haus. Ob ich noch ganz durch Zufall genug, ähm, hier Dingsbombs habe. Genug Leder, dann können wir uns nämlich gleich noch einen dritten Sattel machen. Haben wir eigentlich hier schon irgendwas? Nö, irgendwie nicht. Okay, ähm, Pferd, nein, nicht verwenden. Lol. Warum ist in meiner Kiste so viel Müll drin, ne? Hab ich den da reingelegt? Da steht der Pferderüstung. Können nicht hergestellt werden. Sie können jedoch den Tun von Dungeons, Schmieden, Pyramiden, Dschungeltempeln, Klassemin und Nederfestungen gefunden werden. Okay. Weißt du ganz durch Zufall, ob ich hier den ganzen Müll in meine Kiste gepackt hab? Kann sein. Vielleicht war es da auch der Gast von... Stimmt, das kann sein. Der ist ja jetzt leider nicht mehr dabei. Ach, jetzt habe ich auch noch mehr Karotten. Äh. Äh, also wir könnten von mir aus gleich ein paar Enderpearl-Farm. Äh, ja, von mir aus. Ich glaube, wir kriegen nur gerade noch ein bisschen Eisenschwert und Bogen und so. Ich spann dich. Du Spanner. Siehst du mich? Äh. Ja, tue ich. Warte kurz. So. Ich hätte hier immer noch, jetzt nicht mehr. Ja, weil ich weggelaufen bin. Ich lauf weg vor dir, ich hab Angst vor dir. Wir müssen nicht hinkommen. Wir brauchen übrigens noch ein Bücherregal, hab ich eben gerade gesehen, deswegen crafte ich das noch eben schnell. Wo hab ich denn Holz? Da hab ich Holz. Aber noch Lüder. Was soll ich hier erst mal meine ganzen Sachen hier sortieren? Dein Buch. Ähm. Alter, wie viel Erz. Hm. Äh, äh, hab ich zufällig. Wenn du noch irgendwelche Steinwerkzeuge brauchst, da sind ein paar drin in der Truhe. Hey, warum die nicht? Da liegt's Buch. Ja, hab ich dir zugeworfen. Okay, ich hab's nicht gefangen, Manu. Stimmt, wir haben, stimmt, wir haben ganz schön viel Eisen und sowas. Oh, ähm. Wie ging das einfach nochmal mit allem aus der Kiste nehmen? Ich weiß das gar nicht mehr. Achso, ja, okay. Aber jetzt hab ich ja wieder Inventory Tweaks drin, weil das jetzt wieder funktioniert. Also weil ich's hingekriegt hab, alles Mögliche zu installieren hier mit Forge und so. Ups, oder? Ah, ich seh's. Nice. Oh, hier ist noch zwei Bücherregale drin, ne? Stimmt. Die hab ich eben gerade rausgepackt. Mann, bin ich doof. Okay, egal, jetzt haben wir 63 Papier, dankeschön. Brauchst du ganz durch Zufall 63 Papier? Ne, nicht lustig, würde ich das tun. Äh, gut zu wissen, okay. Dann frag ich dich morgen nochmal. Man kann ja immer mal Papier brauchen. Und hier nicht. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Ich glaube, wir haben 28, kann bald wieder zu zaubern. Ja, ich bin 22. Wir können ja wissen, wir sind bei der Maschine. Ne, ich hab doch ein bisschen verändert, weil ich hab mal merkt, wie viele da sind. Kann ich mal ein bisschen ver... Ähm, jetzt soll's besser sein. Hm. Aber nicht groß fändet, also nögendlich. Mir ist irgendwie noch gar nicht aufgefallen, dass unsere Tür ein bisschen weiter rechts sitzt. Aber okay, egal. Dann gehe ich jetzt mal Endermänner farmen. Wenn wieder Nacht ist. Nö, dürfte ja bald wieder sein, oder? Wo ist die Sonne? Da ist die Sonne. Warum sind denn eigentlich Wolken an? Ich hab doch Wolken rausgestellt, oder nicht? Details. Äh. Clouds. Off. Wunderschön. Ich mag Wolken nämlich irgendwie nicht. Wenn man baut, dann stören die einen. Baust du wirklich so hoch? Ja, manchmal. Oder wenn ich halt Shader benutze, oder sowas. Den könnte ich ja eigentlich auch mal wieder reinmachen. Naja, was man alles könnte. Dann können wir uns ja noch, äh, hier... So, äh, noch einen Sattel machen. Mach ich mal kurz, ne? Oder brauchen wir ganz durchzufall noch irgendwo anders für Leder? Hm, nicht. Ich hab's nicht aus, ich wüsste. Okay. Also denkt euch einfach, dass ich gerade einen Sattel gecraftet habe. Ich schmeiß jetzt die Sachen einfach mal hier ins Wasser. Du musst einfach mit Photoshop so ein Bild machen, wie du gerade am... Im Sattel am Craften bist. So. Und jetzt? Ups. Die sind verschmolzen. Ja. Achso. Und natürlich den Sattel cheaten. Sattel. Äh, das nennt ich immer noch Craften. Ja, okay. Den Sattel craften. Wir craften ihnen too many items. Alter, das Auge... Spinnauge hier ist... Banksy, das hat eine Animation, das bewegt sich. Cool. Bei mir nicht. Warum sitzt der Hund hier eigentlich? Hast du den hier hingesetzt? Mhm. Ist der Wachhund. Ah, okay. Jetzt setzen wir ihn jetzt da in das Loch rein. Nein. Loch. Mein Hund. Und dead. Genau. Perfekt. Voll der gute Wachhund. Ja, er bellt, wenn jemand da ist. Geh mal kurz in das Loch. Du bist auch ein Wachhund. Oh, Manu. Ich wollte dich gerade zubauen. Aua. Au. Entschuldigung. Ja, okay. Wir lassen den Hund hier mal wieder raus, würde ich sagen. Kann ich den eigentlich jetzt auch reiten? Aber wir können alle auf allen reiten. Ja. Nein. Ich hab gedacht, jetzt hat jeder den einzigen... Nein, nein, wir können jeder auf jedem Pferd reiten. Nein. Aber auf dem Hund kannst du nicht reiten. Nur so, zur Info. Schade. In Cube World schon. Ja, da geht sowas. Spielst du eigentlich noch oft Cube World? Ich hab das nämlich schon irgendwie lange nicht mehr gespielt. Ich weiß auch nicht, ich in letzter Zeit spiele ich nicht so viel. Hier ist noch ein Hund. Der gehört auch dir, glaube ich. Ja, das ist ein Mauer. Ja. So. Nein. Echt gut, der Schultz. Ja. Das ist noch. Ähm. Ich hab Zeit für ein... Ähm. Kann ich ein bisschen Erde von dir borgen? Oder... Ja, Erde. Ja, ein Stack kannst du haben. Aber nur einen Stack. Nicht mehr oder weniger. Aua. In die Eier. Schau mal. Ja, scheiße. Genau dazwischen. Ja, so lauf ich immer rum. Das ist sehr angenehm. Miek. Haltet warm, ne? Genau. Vor allem, weil Pfeile ja auch so schön warm sind. Achso, da haben... Genau, da hab ich auch noch einen Waypoint. Hab gar keinen Waypoint. Guck mal nach da oben. Ist es ein Vogel? Ja. Ich hab's. Okay, komm. Ich schüsse einen mit Power 1. Boing. Und weg ist er.